Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Wir sind hier bei den Klerikern in Ignaton. Ich hoffe, ich sage das eigentlich richtig. Ist das schon Ignaton, oder? Ich muss mal kurz nachschauen. Hoppala! Und verdrückt! Entschuldigung! Gehe ich einmal Kaffee holen, bin ich schon wieder verwirrt. Ich glaube immer, dass es Ignaton ist. Ja, ja, passt dann, Ignaton. Und sind bei deren Hort und wir sollen hier eine Quest machen. Aber da sehe ich gerade einen Typen mit Namen. Der muss ja was Besseres sein. Also, Servus Balder. Kalan zum Gruße, Suchender. Was für dich zu mir? Oder bist du hier, um der Gemeinschaft einen Tribut zu entrichten? Ähm, hier für die Gemeinschaft. Tribut entrichten? Was hätte ich? Das hätte ich nicht vor. Oh nein, gib hier. Geh mir was. Hier, für die Gemeinschaft. Ein weiser und edler Zug von dir. Doch zur Sache. Ich kann dir nur begrenzt meine Aufmerksamkeit widmen. Meine Arbeit hier als oberster Suggestor lässt nicht viel Freizeit zu, wie du sicherlich verstehst. Man erzählt sich, du hast eine Unterredung mit Eli, dem Gefangenen, gehabt. Gesetz den Fall, er hat mit dir eine Übereinkunft getroffen. Vergiss sie schnell wieder. Ich muss dich wohl nicht darauf hinweisen, dass er bald ein Teil unserer Gemeinschaft sein wird. Sein Geist ist stark. Und es braucht seine Zeit, ihn zu schleifen. Eine Intervention werde ich nicht dulden. Verstanden? Wird man nie tun. Du bist ein Suggestor? Du bist ein Suggestor? Ich bin nicht ein Suggestor. Ich bin der oberste Suggestor im Hort. Zu uns kommen all jene, die sich ihren Geist haben vergiften lassen. Sei es durch Elex oder falsche Lehren. Wir sorgen dafür, dass sie sich wieder daran erinnern, was es bedeutet, den freien Menschen anzugehören. Der menschliche Geist ist ein Geschenk. Wir sollten ihn nicht mit Elex verseuchen. Was genau ist Suggestion? Was genau ist Suggestion? Unsere Implantate ermöglichen es uns, den Geist eines Menschen zu manipulieren. So sind wir in der Lage, die Gehirne der Menschen zu stimulieren, um ihnen Ideen einzupflanzen. Es ist eine Kunst, die nur wir Kleriker beherrschen. Wie könnt ihr euch dessen sicher sein? Wieso bekämpft ihr die Alps nicht mit Hilfe der Suggestion? Ich denke das obere. Wie könnt ihr euch dessen sicher sein? Naja, du hast recht. So ganz stimmt das nicht. Wir haben da eine Vermutung, die Alps betreffend. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass viele der Mutanten Schläuche und andere Maschinenteile integriert haben? Diese Teile sind von den Alps dort platziert worden. Wir vermuten, dass sie eine der Suggestion ähnliche Technik benutzen. Ein Chip in den Gehirnen der Mutanten, um sie manipulieren zu können. Ein grauenhafter Gedanke. Mhm. Danke für das Pläuschchen. So. Servus. Kampfmaschine der Kleriker. Hallo. Raus, aber schnell. Äh, okay. Na, ich will da raus. Willst du nicht gleich weg? Mach das ja nicht nochmal. Niemals. Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. Ja. Dann dürfte das hier der Raum sein, wo wir rein müssen, glaube ich. Dann müssen wir das andere zuerst machen, beziehungsweise diesen Computer hacken, ne? Die Frage ist nur, wo? Wo? Hm. 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 So, jetzt muss ich nur schauen, wie das schnell mit den Schleichen gegangen ist. Ich hab's nämlich erfolgreich wieder vergessen. Tja. Wer hätte das gedacht? Ähm. Nein. Nein, nein, nein. Konnte ich schleichen? Ich glaube schon, ne? Nein. Das ist nämlich doof, wenn man das immer vergisst, ne? Hallo. Ähm. Ähm. Ja, da schimpfen sie gleich wieder. Du hast sie nichts? Ja, ja. Ja, ja. Ich will nur wissen, wie konnte ich schleichen? Ich hab das voll vergessen. Halt, das stimmt auch nicht. Wie konnte ich nochmal schnell schleichen? Ist ja wurscht. Ähm. Naja, okay, wurscht. Das ist nicht wirklich, ne? Voll vergessen. Hallo. Wie geht das? Ich muss mir das echt mal aufschreiben. Das geht doch nicht weiter. Ah. Da war sie. Schleichen kannst du dir sparen. Du ja gar nicht. Setzt sie sich wieder hin? Nicht wirklich, ne? Vielleicht sollte ich Ray bitten. Bleib mal kurz hier. Bleib hier stehen. Sicher doch. Vielleicht geht's ja jetzt. Ich verdrück mich immer fort. Habe ich dich eingeladen? Ja. Es würde gehen, glaube ich. Lass deine Finger da, wo ich sie gut sehen kann. Ja, ja. Mitkommen. Geht klar. Okay. Ähm. Habe ich dich eingeladen? Theoretisch ist die Wache weg, ne? Raus, aber schnell. Okay. Das hat keinen Sinn. Warum kriegt er das mit? Hier gibt es nichts für dich. Ja, ja. Ist schon gut. Das kann sie nicht wahr sein, oder? Das Schleichen kannst du dir sparen. Ob es jetzt klappt? Bin gerade voll leise. Da wäre seine Waffe. Ich speichere mal ganz kurz. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich bald einen Topfen wieder mache. Gut, das hat schon mal hingehauen. Können wir vielleicht noch mal stibitzen? Ja, das hat auch hingehauen. Gibt es noch was? Das ist die letzte Aufzeichnung. Ich gebe es auf. Ach, komm schon. War doch klar, dass die Kleriker Chad vor die Tür setzen. Der Kerl ist das totale Chaos. Kein Wunder, dass er sich bei diesen Ordnungsfanatikern unbeliebt gemacht hat. Ja, aber wo sollen wir noch nach ihm suchen? Vielleicht ist er nach Norden aufgebrochen. Zu den Alps. Wenn er denkt, ich fähre mir für ihn die Eier ab, dann hat er sich geschnitten. Darf ich dich daran erinnern, dass es deine Idee war, ihn zu suchen? Was du nicht sagst. Ich hätte ein zweites Paar Stiefel einpacken sollen. Okay. Ich glaube, das dürfen wir als erfolgreich betrachten. Ich speichere mal ganz kurz, weil da ist nämlich noch ein bisschen elixiert. Ich war jetzt gerade ganz gespannt beim Zuhören. Keiner hat geschimpft. Alles gut. Passt. Halt. Halt. Das lief ja mal gut. Um nicht zu sagen, sehr gut. Fein. Einen drum haben wir schon. Das heißt, der zweite fehlt jetzt noch. Puh. Ich denke, ich lasse dich mal mit dem Blumen. Hä? Also wir müssen hier rüber, ne? Hui, 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 hui. So. Ich würde sagen, springen wir mal ein Stück. Aha, das ist unten. Aha. Aha. Halt. Was war da? Eisenerz? Tatsächlich. Nehmen wir das mit, oder? Warum denn nicht? Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Hier. Ich probiere, ich mal reinzuschleichen. Oh, brauchen wir, glaube ich, nicht. Du schleichst besser woanders herum. Habe ich gar nicht. Hallo, Ferdinand. Hey, brauchst du was? Wenn ja, dann sieh dir mein Zeug an. Für ein paar Splitter biete ich dir 1A-Qualität. Hast du viele Kunden? Woher beziehst du deine Ware? Ich bin auf der Suche nach spezieller Kleidung, nicht das Übliche. Zeig mir deine Waren. Ich würde sagen, von oben nach unten, ne? Also. Hast du viele Kunden? Hast du viele Kunden? Definiere viel. Natürlich ist Ignadon nicht gerade der beliebteste Umschlagplatz der Welt. Ab und an muss ich auch in den Schächten mit anpacken, wenn niemand Interesse an meinem Zeug zeigt. Aber alles in allem komme ich über die Runden. Woher beziehst du deine Ware? Woher beziehst du deine Ware? Wie du sicher weißt, streifen unsere Einheiten auf der ganzen Welt umher. Manchmal kommt es dann zu Kampfhandlungen. Wenn Fremde sich unkooperativ zeigen. Und das, was vom Gegner übrig bleibt, wird eingesagt. Aha. Ich bin auf der Suche nach spezieller Kleidung, nicht das Übliche. Ich bin auf der Suche nach spezieller Kleidung, nicht das Übliche. Für gewöhnlich bin ich bestrebt, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Aber was genau hast du im Sinn? Ich brauche etwas, das nicht auffällt. Etwas, das nicht auffällt? Nun ja, das Einzige, was hier nicht auffällt, ist die Rüstung einer unserer Leute. Wenn du daran Interesse hättest, verkaufe ich sie dir. Es handelt sich aber nicht um Neuware. Sie gehört einem Kameraden, der mittlerweile in Kalahns Hallen weilt. Das drückt den Preis. Verkauf, ja, 100, das geht. Gib her. Verkauf mir die Rüstung des Gefallen. Gib her deinen Pfätzen. Sicher doch, ich habe sie gut verschnürt, sodass der Transport einfach fallen sollte. Empfiehl mich ruhig weiter. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Wie schön. Ach, da freut sich mein Herz. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Mal seine Beine. Sicher doch. Sehr schön, wir können dann wieder was lernen. Bekehrer. Einhandwaffe. Aha. Wäre aber schlechter. Energieriegel. Äh, glaube ich nicht, dass wir brauchen, oder? Heiltränke haben wir eh noch. Pressluft haben wir. Brauchen wir auch nicht. Zickrennschachtel nicht wirklich nicht. Plasmazähle, Energiezähle. Kann man sich alles behalten, tut. Gut, ja, dann gehen wir weiter. Vierti. Sehr schön, das ging ja wie geschnitten Brot. Sagt man so, glaube ich, ne? Ja, würde ich sagen. Warte kurz. Ähm, zwecks Lernen. Was können wir denn lernen? Konstitution wird nicht so einfach, ne? Da wollte ich doch ne Waffe haben, oder? Ja, die Waffe ist unführbar momentan für uns. Ich habe doch wollen eine Waffe tun, tragen tun. Da musste ich, da müsste ich auf die, ne? Also Stärke und Konstitution. Das wäre halt wirklich... Ich meine, wir brauchen Konstitution, ne? Aber ich brauche mir überall schon zwei, ne? Zwei, zwei, da unten wäre noch mit eins. War nicht auch mit Intelligenz irgendwas? Da bräuchte man gerade noch einen Haufen Level-Ups. Hmm. Oder wir sparen es uns momentan mal. Ich meine, wir können es schon noch hier oben investieren. Könnte man auch. Oder wir machen es so und so. Wobei es halt wirklich schlauer wäre alles, da wollen wir in die Stärke reinzuhauen, ne? Aber für die Lernpunkte wäre halt Konstitution besser. Ah, da brauchen wir sowieso 40. Da bräuchte man ein zweites Level ab. Ich lasse es derweil mal übrig. Musste einmal bei den Bärstärkern wieder vorbeischauen. Aber zuerst gehen wir jetzt zurück zu Eli. Eli sag ich, Entschuldigung. Eli. So, jetzt hab ich's. Ähm, geben ihm das Klumpert. Lasst uns dankbar sein und ihn an der Brust seiner Brüder willkommen heißen. Servus. Ein weiteres verirrtes Schäfchen. Willkommen im Hort der Kleriker. Ja. Dass du hier drin bist, kann nur bedeuten, dass das Licht Kalans auf dich scheint. Naja. Vergeude diesen Moment nicht. Gib dich den leeren Kalans hin. Ich will ehrlich gesagt lieber draufhauen. Das werde ich, Vater. Kein Interesse. Das untere? Das werde ich, Vater. Gut, gut. Deine Anstrengungen werden belohnt werden. Sei dir versichert, dass Kalan sehen wird, was du tust. Und er wird dich belohnen oder bestrafen, wie es ihm beliebt. So handle immer in seinem Namen und er wird deine Feinde niederstrecken und deine Freunde verschonen. Wie schön. Erzähl mir mehr über Kalan. Wer bist du? Na, erzähl mir mehr über den Deppen. Erzähl mir etwas über Kalan. Alles begann mit Arvid, dem Propheten. Der Prophet bekam die Lehren Kalans zugeflüstert. Noch vor dem Untergang der Welt versuchte er die Menschen zu warnen. Er verteilte die Lehren. Er redete mit Menschen, aber es war vergebens. Die Menschen hörten nicht auf ihn und seine Lehren der Reinheit. Und so geschah es, dass Kalan wütend wurde. Er sandte den Meteor, um die Unreinen zu vernichten und die Reinen auf die Probe zu stellen. Wir werden diese Prüfungen bestehen. Wir halten unsere Körper rein. Der Prophet Arvid sagte, dass Kalan uns alle von hier wegbringen wird. Wir müssen rein sein und auf Kalan vertrauen. Dann kann uns kein Feind dieser Welt etwas anhaben. Na, gute Nacht. Du glaubst diesen Mist wirklich, oder? Und wohin wird Kalan euch bringen? Ja. Und wohin wird Kalan euch bringen? Dorthin, wo uns kein Ungläubiger folgen wird. Kein Götze oder andere Versuchungen stehen zwischen uns und ihm. Sein Paradies erwartet uns, doch noch ist es nicht an der Zeit, diesen Weg zu gehen. Der Pfad der Erleuchtung ist beschwerlich und nur wer würdig ist, wird die Gnade seiner Gunst erlangen. Und nun gehe in dich und verinnerliche meine Worte. Mögen sie dir ein Wegweiser in den kommenden Zeiten sein. Wer bist du eigentlich? Wer bist du? Ich bin Oswald. Auch ich war einst verblendet. Aber meine unreinen Zeiten habe ich hinter mir gelassen. Als Bruder Rainer mich gefunden hat, war ich nur ein spuckender Haufen Elend. Er baute mich auf. Er gab mir einen Sinn in meinem Leben und dafür bin ich ihm für immer dankbar. Heute versuche ich diese Tugenden weiterzugeben. Also lade ich dich ein, ein wenig hier zu bleiben und mit uns zu beten, Bruder. Ihr alle werdet gerettet werden. Ja, ja. Schön für euch. Halt. Ein kleiner Heiltrank. Den nehmen wir gerne mit. So. Lalila, Lalila, Lalala, 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 Hallo. Äh, bin ich da jetzt richtig? Ich hoffe. Da, 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 da. Ich glaube, ja. Ich hoffe, wir haben alles. Hallo. Also, Eli, von mir aus kannst du hier verrotten. Wegen deiner Flucht. Wegen deiner Flucht. Ich habe alles, was du wolltest. Ich habe, was du wolltest. Damit bin ich dem Ziel einen Schritt näher. Und jetzt gib mir einen Moment. So. Das sollte reichen. Und wie geht es jetzt weiter? Ich suche meinen alten Freund auf, dann verziehe ich mich von hier. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Geh du vor das Tor. Ich sage deinem Freund, er soll sich dort mit dir treffen. Nein. Hm. Nein. Nein. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Man sieht sich. War das richtig? Ich hoffe. Wir schauen ein Quest mäßig jetzt aus. Ähm. 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 Raketen. Was? Raketenbohnen. Was haben wir da eigentlich für eine Quest gefunden? Ähm. 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 Wollte ich mich auf Magalan nach Audiologs von ihren umsehen. Ja. Vielleicht. Es ist halt toll, dass die wirklich schön markiert sind. Aha. 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 Hey du, das ist praktisch. Wir können da überall hin. Dann schauen wir uns gleich mal zu Hause um, ne? Warte. Ist eigentlich eh wurscht. Zurück zum Lager. Das passt schon. Ja, bitte. Weil hier haben wir ja die Board-Dinger. Das passt. Okay. Den Part müssen wir auch beenden. Na gut. Dann werden wir diese Audio-Dinger im nächsten Part suchen. Und hoffentlich finden wir sie auch in einem Part. Na gut ihr Lieben. Dann bedanke ich mich wieder einmal von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer jetzt das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.